Die Welt schaut gebannt auf das Wettrüsten im Weltraum, während die USA, Europa, China und Russland ihre Interessen im kosmischen Raum behaupten wollen. Die USA führen mit ihrer Space Force das Rennen an, mit einem umfangreichen Arsenal an Satelliten und Weltraumtechnologien, darunter das entscheidende GPS-System. Aber auch Elon Musks Starlink-Konstellation und dessen militärische Version Star Shield mit tausenden von Satelliten spielen eine große Rolle. Wenn du weiter in die folgenden Themen einsteigen willst, findest du unten in der Videobeschreibung detailliertere Videos. Es könnte ja so einfach sein. Ist es aber nicht. Deswegen heute mal ganz anders. Es geht um diese ganze Sache, dass Russland nukleare Weltraumwaffen entwickeln soll. US-Geheimdienstinformationen legen das nahe. Aber was genau bedeutet das? Eine nukleare Weltraumwaffe ist im Endeffekt jede ICBM. Also eine Rakete, die mit einem nuklearen Sprengkopf besetzt wird und damit dann in eine Erdumlaufbahn fliegen kann. Ob diese Rakete dann gegen ein Ziel auf der Erde oder im All gerichtet ist, ist ihr dann aber herzlich egal. Somit ist das alles zwar ganz eindeutig eine sehr traurige Angelegenheit, aber mit Sicherheit kein Newsflash. Das Thema ist tatsächlich so umfangreich und spannend, dass ich nun ein Buch zum Weltraum als Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts schreibe. Dazu führe ich eine Reihe von Experteninterviews. Einer meiner ersten Experten zu diesem Thema ist der Brigadier Dr. Friedrich Teichmann, der innerhalb der österreichischen Streitkräfte für den Weltraum zuständig ist. Wir werden uns auch gleich anhören, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Bevor wir aber weiter ins Thema einsteigen, möchte ich noch dem Partner der heutigen Ausgabe, Readly, für seine Unterstützung danken. Readly ist eine App, die den Zugang zu 7000 Magazinen, Tageszeitungen und Millionen von Artikeln bietet. Dank Readly bin ich seit einigen Wochen immer auf dem neuesten Stand der Dinge, was Geopolitik und Technik angeht. Ich lese hier zum Beispiel regelmäßig das Time Magazine, das Focus Magazin oder die Mac Live. Man kann aber aus allen möglichen anderen Kategorien wählen. Egal ob Gärtnerei, was übrigens auch ein großes Hobby von mir ist, oder Kulinarik, Reisen, Computer oder sonstiges. Und das so einfach und umweltfreundlich, wie man es sich nur wünschen kann. Die Umweltfreundlichkeit ist mir persönlich dabei ein ganz besonderes Anliegen. Denn verlegte bzw. gedruckte Magazine und Zeitungen brauchen nicht nur Platz, sondern kosten auch noch wertvollen Bäumen das Leben. Mit Readly kannst du so viel lesen, wie du willst. Und das mit reinem Gewissen. Wenn man die Magazine auch herunterladen kann, kann man sogar unterwegs seine Lieblingsmagazine lesen. Mit Readly musst du nicht mehr zum Kiosk und dich dort entscheiden. Du kannst jederzeit alle Ausgaben deiner Lieblingszeitschriften lesen. Wenn du willst, sogar in einer anderen Sprache als Deutsch. Als ob das alles nicht reicht, kannst du dein Konto mit 5 Profilen von 5 verschiedenen Geräten ausnutzen. Nutze die Gelegenheit jetzt und sichere dir mit dem Link in der Videobeschreibung das erste Monat für nur 99 Cent. Das ist natürlich jederzeit kündbar. Also gleich zuschlagen, dir gönnen und ganz nebenbei einen jungen YouTuber unterstützen. Danke dir. Zu diesem Thema habe ich Brigadier Teichmann der österreichischen Streitkräfte gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass Russland oder irgendeine andere große Nuklearmacht Atomwaffen im All stationiert hat. Also ich bin eigentlich überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis das Thema kommt. Weil der James Bond Goldenei war vor 20 Jahren schon. Es muss ja keine Atombomben sein, die oben explodieren. Es reicht, wenn ein Atomreaktor, der Strom liefert, mal fangen sie es und das Tents leckt. Ich wüsste auch nicht, warum nicht eine Rakete, die du so assababschierst, warum man nicht die mit einer kleinen Atombombe bestückt. Ich war etwas überrascht, dass das so lange gedauert hat, bis das Thema so virulent geworden ist. Weil meines Erachtens gibt es das Thema schon länger, beziehungsweise Optionen gibt es schon länger. Also ich glaube, entweder hat der Nachrichtendienst Berichte gegeben, dass es eine neue Version oder irgendwas gegeben hat, oder es ist gerade wegen dem jetzigen Krieg virulent geworden. Entweder es ist eine Version 2 oder 3, oder sie haben es absichtlich jetzt nochmal gelauncht. Wenn es einen eigenen James Bond dafür gibt, schon seit 20 Jahren, und die Technologie ist verfügbar, wo ist die große Überraschung? Also nichts Neues. Dennoch, oder gerade deswegen, ist es mir unglaublich wichtig, dass wir heute im Detail über die Militarisierung des Weltraums reden. Die Player, die wir uns heute anschauen, haben alle zunehmend größeres Interesse daran, ihre rasant wachsenden Satellitenflotten zu schützen. Und auch wenn Medienberichte nahelegen, dass Russland damit beginnt, solche Weltraumwaffen im Orbit zu platzieren, ist auch das keine Neuigkeit. Und allein sind sie damit auch mit Sicherheit nicht. Genau wie die USA es gemacht haben, haben auch schon China, Russland und Indien sogenannte Assad-Tests durchgeführt. Also Anti-Satelliten-Tests. Das unterscheidet sich gar nicht von konventioneller Kriegsführung. Da wird einfach eine Rakete ins All geschossen. Dieses Projektil zerstört das Ziel dann physisch. Im Fall unserer globalen Player haben sie diese Tests jeweils an eigenen, ausgemusterten Satelliten durchgeführt. Und jedes Mal, wenn das einer gemacht hat, haben sich alle anderen aufgeregt. Da denke ich mir dann immer, wer im Glashaus sitzt, sollte besser zum Fummeln in den Keller gehen. Oder zumindest mal nicht mit Steinen werfen. Dann wäre allen schon mal ordentlich geholfen. Nukleare Weltraumwaffen stellen eine besondere Bedrohung dar, da sie potenziell verheerende Auswirkungen auf die Sicherheit im Weltraum haben können. Im Falle einer Detonation im Weltraum verursacht die Explosion selbst möglicherweise keinen direkten physischen Schaden an Satelliten oder Raumfahrzeugen. Allerdings können die freigesetzte Strahlung und der elektromagnetische Puls erhebliche Schäden verursachen, insbesondere in den empfindlichen elektronischen Systemen von Satelliten. Wir gehen nicht allzu sehr ins Detail, weil ich da kein Experte bin. Folgendes ist aber wichtig zu wissen. Die Strahlung der nuklearen Explosion im Weltraum kann elektronische Komponenten von Satelliten beschädigen oder zerstören und somit ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Der EMP, der durch die Detonation erzeugt wird, kann elektronische Systeme stören oder zerstören, indem er eine plötzliche elektromagnetische Energie freisetzt, die in der Lage ist, empfindliche Schaltkreise zu überlasten. Die Satelliten, die diesen ersten unmittelbaren Gefahren entkommen, werden über den folgenden Zeitraum nach und nach durch die Strahlung zerstört. Diese langfristigen Auswirkungen können weitreichend sein und zu erheblichen Beeinträchtigungen der Kommunikation, Navigation und Überwachung im Weltraum führen. Und das für alle. Die Strahlung unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Zudem besteht die Gefahr, dass direkt oder indirekt Weltraummüll durch eine solche Explosion erzeugt wird, was die Sicherheit von Raumfahrzeugen und Satelliten weiter gefährden könnte. Angesichts dieser potenziellen Bedrohungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Verbreitung und den Einsatz nuklearer Weltraumwaffen zu verhindern und die Sicherheit im Weltraum zu gewährleisten. Am Ende des Tages will aber auch niemand der naive gewesen sein, der nicht gerüstet ist. Daher habe ich den Brigadier gefragt, ob es naiv wäre, eine Einigung auf internationaler Ebene zu erzielen, die es allen Militärs weltweit verbietet, sich im Weltraum zu betätigen. Das heißt, wir müssen alle 200 Nationen an Bord haben. Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir Nordkorea dabei haben? Also wir reden da auch von etwas, das mit der Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist, oder? Das heißt, wir würden uns freiwillig davon ausschließen, aber die anderen weiterhin das benutzen. Dann würde es zu einem sehr großen Ungleichgewicht kommen. Das heißt, der Unterschied zwischen den Militärs, die die Weltraum-Services weiter nützen, und den Militärs, die sich selbst von den Weltraum-Services ausschließen, da würde also der Unterschied massiv sein. Und diesen Militärs würden es dann einen Gewinn und einen Verlierer geben. Und die würden also die militärische Abschreckung, die militärische Fähigkeiten würden dann immer zusammenpassen. Die USA Im Wettlauf um den Weltraum stehen die USA an vorderster Front. Mit der Gründung der Space Force unter Präsident Donald Trump haben die Vereinigten Staaten ein deutliches Interesse an der Dominanz im kosmischen Raum gezeigt. Das Budget von 24,5 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2023 zeigt auch, dass sie es ernst meinen. Also allein die Space Force hat ein etwa dreimal größeres Budget als die ESA im selben Jahr. Für 2024 sind 30 Milliarden beantragt. Die USA verfügen über eine beeindruckende Vielfalt an Weltraum-Assets, darunter das lebenswichtige GPS-System, das nicht nur für Navigation, sondern auch für militärische Operationen unentbehrlich ist. Ihre Raumfähren und die führende Beteiligung an der Internationalen Raumstation unterstreichen ihr Engagement für die Erforschung und Erschließung des Weltraums. Abgesehen von den unzähligen Behörden und Institutionen, die der Raumfahrt verschrieben sind. Die USA haben seit dem Kalten Krieg immer wieder gezeigt, dass auch gescheiterte Programme und Ideen sie nicht davon abhalten, weiterzumachen und um den ersten Platz zu kämpfen. Eine Mentalität, die mir in Europa stark abgeht. Inzwischen ist die Raumfahrt in den USA weit mehr als nur eine Maßnahme zur Arbeitsplatzschaffung. Raumfahrt wird von der breiten Masse der Menschen in den USA unterstützt und als Teil der US-Identität gesehen. Im Gegensatz zu Europa, wo nach wie vor die meisten Menschen noch immer glauben, dass Raumfahrt nichts mit ihnen zu tun hat. In den USA ist man sich dessen bewusst, dass Raumfahrt ein Katalysator für die Wirtschaft, Bildung und Stabilität der Gesellschaft ist. Und das Bewusstsein dafür, dass der Weltraum und Raumfahrt auch unentbehrlich für die Sicherheit und den Fortbestand der menschlichen Spezies sind, wächst auch stetig. Zusätzlich zu den staatlichen Bemühungen oder als Ergebnis davon hat SpaceX unter der Führung von Elon Musk die Weltraumindustrie revolutioniert. Mit dem Starship-Projekt, das kurz vor dem vierten vollintegrierten Testflug steht, hat SpaceX das Potenzial, die Art und Weise, wie wir den Weltraum erkunden und nutzen, grundlegend zu verändern. Wie? Indem es den Preis für Transporte ins All um Größenordnungen senken wird. Aber auch andere Unternehmen wie Blue Origin und die United Launch Alliance spielen eine wichtige Rolle im US-amerikanischen Weltraumsektor. Eure Raketen und Technologien bieten zusätzliche Optionen für den Zugang zum Weltraum und tragen zur Vielfalt und Stärke der US-amerikanischen Raumfahrtindustrie bei. Blue Origin eher weniger, aber die ULA dafür umso mehr, ist Teil der alten Garde des militärisch-industriellen Komplexes der Vereinigten Staaten. Andere, die hier dazugehören, sind Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman und viele, viele weitere. Auch wenn diese Unternehmen die Regierung bzw. den Steuerzahler häufig wie eine Weihnachtsgans ausnehmen, so sind sie für ihre militärische Vorherrschaft unentbehrlich, denn sie halten insbesondere industrielle Kapazität bereit. Industrielle Kapazität, speziell im Raumfahrtbereich, wird entscheidend sein auf dem Schlachtfeld, oder sollte ich besser sagen im Schlachtraum der Zukunft. Trotz aller Spannungen und Konflikte gibt es auch Hoffnung. Die Einsicht, dass die Zerstörung von Satelliten keine Lösung ist und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit im Weltraum bringen die Hoffnung auf eine friedliche Nutzung des kosmischen Raums. Dennoch arbeiten alle Raumfahrtnationen dieser Erde an Alternativen zu solchen physischen Waffen. Ich habe den Herrn Brigadier Teichmann gefragt, welche Arten von Weltraumwaffen existieren bzw. in Zukunft eingesetzt werden könnten. Ich muss jetzt unterscheiden zwischen Bedrohungen vom Boden in den Welträumen auf, also vom Boden zum Satellit, vom Satellit zum Boden herunter und vom Satellit zu Satellit. Das heißt, wir haben drei verschiedene Angriffsvektoren, wenn man es so nennen möchte. Vom Boden zum Satellit ist die klassische, die ASAT-Rakete. Von Satellit zum Boden herunter ist die Sache besonders problematisch, weil wir wahrscheinlich dort rasch in irgendein Geheimhaltungsthema hineinfallen. Ich gehe aber davon aus, dass die großen drei das eine oder andere in ihrem Portfolio drinnen haben. Das, was wahrscheinlich das Spannendste ist, ist derzeit Satellit zu Satellit. Da gibt es also mehrere Methoden. Die eine Methode ist eigentlich eine Methode, die wir entwickelt haben, um Weltraumschrott herunterzuholen. Das ist also einfach ein kinetischer Fangarm. Es spricht aber nichts dagegen, dass die Müllabfuhr nicht einen Schrott nimmt, sondern einen operativen Satellit des Feindes. Das Nächste, was passieren könnte vom Satellit zu Satellit, ist, dass zum Beispiel dieser Satellit einen Mini-Satelliten-Ausstoß. Da öffnet sich auf einmal ein Türdel und auf einmal fährt eine kinetische Kanonenkugel hinaus und crasht in den anderen Satelliten hinein. Die dritte Möglichkeit von Satellit zu Satellit, wenn ein Satellit relativ nah zurückkommt, so etwas wie zum Beispiel Spray. Das heißt, es braucht ja zum Beispiel nur extra Sprit sein, mit dem ich zum Beispiel den anderen Satelliten seine Optik unscharf mache, mit dem ich zum Beispiel seine Solar-Panels schlecht mache. Und wenn ich den einfach anspritze, dann habe ich ihn nicht einmal berührt. Aber seine Optik ist so schlecht, dass er Kaufnahmen machen kann. Und dann habe ich natürlich das klassische Electronic Warfare, Jamming oder Spoofing. Ja, ich könnte also problemlos zu einem anderen Satelliten zubefliegen und dann auf der Antenne einfach eine White Radiation, also über das ganze Spektrum hinaus, einfach Signal abstrahlen. Braucht gar nicht besonders stark sein, weil ich nahe genug beim Satelliten bin und seine Kommunikation ist gestört. Also ich sage mal, die großen Raumfahrtmächte waren in den letzten Jahrzehnten nicht untätig. Und hilflos sind sie auch alle nicht. Schon gar nicht unschuldig, wie sie alle tun. Nicht zu vergessen ist auch SpaceXs Starlink-Projekt, das eine rasant wachsende Flotte von über 6000 Satelliten umfasst und die globale Internetkonnektivität revolutioniert hat. In den letzten zwei Jahren hat sich gezeigt, dass Starlink nicht nur das macht, sondern auch auf das internationale Geschehen Einfluss nimmt. Stichwort Ukraine und nahe Osten. Die USA bleiben voraussichtlich eine treibende Kraft im Weltraumwettlauf mit einer beeindruckenden Mischung aus staatlichen und privaten Bemühungen, die darauf abzielen, die Grenzen des Möglichen im kosmischen Raum zu erweitern. China und Russland. Aufstrebende Mächte im Weltraum. Während die USA die Führung im Weltraum innehaben, sind China und Russland entschlossen aufzuschließen und ihre eigenen Ambitionen im kosmischen Raum zu verfolgen. China hat in den letzten Jahren einen eindrucksvollen Aufstieg im Weltraumsektor hingelegt. Mit einer beeindruckenden Flotte von Raketen, mehreren Raumfahrthäfen, Ambitionen einer Mondbasis, einem Blick auf den Mars und den Asteroidengürtel und einer Errichtung einer eigenen Raumstation samt astronautischen Programms zeigen sie eine zunehmende Unabhängigkeit vom Westen und Fähigkeit zur Erforschung des Weltraums. Und nicht nur das. China hat auch das ehrgeizige Baidu-Positionierungssystem etabliert, das eine Alternative zum US-GPS-System bzw. zum europäischen Galileo-System darstellt. Sie haben sich damit von den westlichen Systemen unabhängig gemacht, was ihnen eine größere Autonomie im Weltraum ermöglicht. Auch im Bereich Telekommunikation, Erdbeobachtung, Wetter, Militärsatelliten und Internet hat sich China vom Westen emanzipiert. China hat außerdem Pläne für eine eigene Mega-Internet-Satelliten-Konstellation angekündigt, ähnlich wie SpaceX's Starlink, um die globale Internet-Konnektivität zu verbessern und eine größere Präsenz im Weltraum zu etablieren. Sie haben nämlich verstanden, dass ein einzelner Militärsatellit schnell außer Gefecht gesetzt werden kann. Das hat sich ganz deutlich gezeigt, als Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Vor dem Einmarsch haben sie erst einmal die zuständigen Satelliten gehackt, um die Kommunikation lahmzulegen. Aber eine Konstellation aus mehreren tausend Satelliten ist wesentlich resilienter und verlässlicher im Kriegsfall. Auch Russland, obwohl sie öffentlich eine geringere Ambition im Weltraum zeigen, haben sie immer noch bedeutende Weltraumassets und Fähigkeiten. Mit einer reichen Geschichte in der Raumfahrt und der Fortsetzung ihrer Beteiligung an internationalen Weltraumprojekten behaupten sie ihre Stellung als bedeutende Weltraummacht. Jedenfalls bedeutender als Europa. Es gibt jedoch Berichte über Russlands Bemühungen, neue und fortschrittliche Weltraumwaffen zu entwickeln, darunter möglicherweise auch Weltraum-Nuklearwaffen. Diese Entwicklungen werfen ernsthafte Fragen über die zukünftige Sicherheit und Stabilität im Weltraum auf und könnten zu einer weiteren Eskalation des Wettrüstens im All führen. Wir haben nämlich am Anfang schon besprochen, dass alle größeren Player über solche Waffen verfügen. Warum genau jetzt solche Berichte veröffentlicht werden, wirft in meinen Augen mehr Fragen auf, als dadurch beantwortet werden. China und Russland mögen zwar hinter den USA liegen, aber ihre Ambitionen im Weltraum sind nicht zu unterschätzen. Mit einer wachsenden Anzahl von Weltraumaktivitäten und Projekten zeigen sie ihre Entschlossenheit im kosmischen Wettlauf mitzuhalten. Insbesondere im Wettlauf um die erste Mondbasis sind vor allem die Chinesen nicht zu verachten. Inzwischen ist es ihnen zuzutrauen, dass sie innerhalb kürzester Zeit eine Basis auf dem Mond aufbauen. Europa und die Rolle der internationalen Kooperation Während die USA, China und Russland die Schlagzeilen im Weltraum dominieren, spielt auch Europa eine mehr oder weniger bedeutende Rolle im kosmischen Wettlauf. Frankreich, Italien und Deutschland mischen kräftig mit. Zumindest zunehmend kräftiger. Frankreichs Commandement de l'Espace, Italiens Commando delle Operationi Spatiali und Deutschlands Weltraumkommando innerhalb der deutschen Luftwaffe zeigen das wachsende Interesse Europas an Weltraumsicherheit und Technologie. Europa, vertreten durch die europäische Weltraumorganisation ESA, verfügt über eine beeindruckende Geschichte und Expertise in der Raumfahrt. Mit einer Vielzahl von Projekten und Missionen hat Europa bewiesen, dass es eine wichtige Rolle im Weltraumsektor spielen kann und will. Nur fehlt es oft am politischen Interesse. Allerdings steckt Europa derzeit in einer Launcher-Krise. Während führende Nationen wie die USA und China über betriebsbereite Raketen verfügen, kämpft Europa mit Verzögerungen und Engpässen bei der Entwicklung und dem Einsatz neuer Trägerraketen. Es stehen jedoch Projekte wie die Ariane 6, Vega-C, RF-A1 und Spectrum in den Startlöchern, um Europas Zugang zum Weltraum zu verbessern. Inzwischen haben auch die meisten Player zumindest die teilweise Wiederverwendbarkeit ihrer Trägersysteme angekündigt. Anderthalb Dekaden zu spät, aber immerhin. Frankreich hat sogar von oberster Stelle die Entwicklung der wiederverwendbaren Maya-Rakete vorangetrieben, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ebenfalls viel zu zögerlich, aber besser als nie, würde ich mal sagen. Trotz dieser Herausforderungen ist Europa führend im Bereich der Navigation mit dem Galileo-Positionierungssystem und der Erdbeobachtung mit den Sentinel-Satelliten im Rahmen des Copernicus-Programms. Diese Programme haben nicht nur zivile, sondern auch militärische Relevanz und tragen zur Sicherheit und Stabilität auf globaler Ebene bei. Europa mag nicht die gleichen Ressourcen wie die USA oder China in die Raumfahrt stecken. Aber seine Expertise, sein Engagement für die internationale Zusammenarbeit und sein Streben nach Innovation machen es zu einem wichtigen Mitspieler im kosmischen Wettlauf um die Sterne. Jetzt braucht Europa nur noch eine funktionierende Rakete oder zwei. Die USA und ihre Dominanz im Weltraum Die Vereinigten Staaten von Amerika sind das Herzstück der modernen Raumfahrt und eine treibende Kraft hinter den Entwicklungen im Weltraum. Doch während sie die Führung innehaben, sind sie auch Gegenstand zunehmender internationaler Spannungen und Herausforderungen im kosmischen Wettlauf. Durch die Gründung der Space Force und die verstärkte Betonung der nationalen Sicherheit im Weltraum haben die USA ihre Entschlossenheit gezeigt, ihre Position als führender Weltraummacht zu verteidigen und auszubauen. Dies hat jedoch Bedenken bei anderen Nationen hervorgerufen und zu einer Verschärfung der geopolitischen Spannungen im Weltraum geführt. Dennoch bleiben die USA ein entscheidender Akteur im kosmischen Wettlauf und setzen sich weiterhin für die Erforschung und Erschließung des Weltraums ein. Der Weltraum ist das ultimative Grenzland, das uns alle vereint und gleichzeitig spaltet. Während die USA, China, Russland und Europa um die Vorherrschaft im kosmischen Raum kämpfen, müssen sie auch die dringende Notwendigkeit erkennen, den Weltraum friedlich und verantwortungsbewusst zu nutzen und zu schützen. Die militärische Nutzung des Weltraums birgt ernsthafte Risiken und Herausforderungen für die Sicherheit und Stabilität auf globaler Ebene. Das ganze Gespräch mit Brigadier Teichmann gibt es vorerst nur für Kanalmitglieder und Patrons hier auf dem Kanal. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder und Patrons und alle, die Mars Chroniken unterstützen. Eure Unterstützung ermöglicht es mir, diese Videos für euch zu produzieren. Wenn auch du Mars Chroniken unterstützen möchtest, damit wir weiter wachsen und gedeihen können, findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peras pera ad astra.